Auf dem Mond wurden folgende Messungen vorgenommen. In der ersten Zeile dieser Tabelle wurden Massen eingetragen, die in Kilogramm ausgedrückt sind. In der zweiten Zeile wurden die jeweiligen Gewichte eingetragen, die in Newton ausgedrückt sind. a zeichne die entsprechende g-m-Grafik, b bestimme die Fallbeschleunigung auf dem Mond. Wir wählen das Bezugssystem so. Die horizontale Achse ist die Achse der Massen in Kilogramm ausgedrückt und die vertikale Achse ist die Achse der Gewichte in Newton ausgedrückt. Wir wählen auf beiden Achsen die Einheit groß genug, damit wir diese fünf Punkte einzeichnen können, Punkte mit Koordinaten 0,10, 0,16, 0,15, 0,22 und so weiter. Hier sind diese fünf Punkte. Anhand dieser Angaben sollen wir die Fallbeschleunigung auf dem Mond bestimmen, Fallbeschleunigung, die wir in Meter pro Quadratsekunde ausdrücken. Um die herauszufinden, nutzen wir die Formel vom freien Fall. Da G gleich ist zu m mal g, wissen wir, dass g gleich ist zu g geteilt durch m. Um also die Fallbeschleunigung klein g auf dem Mond herauszufinden, bilden wir diesen Bruch für diese fünf Punkte. Das heißt, wir bilden diese fünf Brüche. Die Fallbeschleunigung auf dem Mond kann dann als Durchschnitt dieser fünf Brüche bestimmt werden. Dieser Durchschnitt ist also die Summe der fünf Brüche geteilt durch die Anzahl Brüche, das heißt geteilt durch fünf. Und so finden wir durch den Taschenrechner als Fallbeschleunigung auf dem Mond 1,6 Meter pro Quadratsekunde. Wenn wir in unserer Grafik die Halbgerade einzeichnen, die den Ursprung 0,0 enthält und die 1,6 als Steigung hat, so stellen wir fest, dass diese Halbgerade diese Punkte sehr schön modellieren kann. Hier haben wir kleine Abweichungen von dieser Geraden, die können als Messungsfehler gedeutet werden. Also die Fallbeschleunigung auf dem Mond beträgt 1,6 Meter pro Quadratsekunde. Also die Fallbeschleunigung auf dem Mond beträgt 1,6 Meter pro Quadratsekunde. Die Fallbeschleunigung auf dem Mond beträgt 1,6 Meter pro Quadratsekunde.